er ist halt im lol mode ja hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren runde league of legends ich bin der ram und in dem heutigen ranked game spiele ich rein als adc mit dabei ist wieder der king kong und jetzt wünsche ich euch viel spaß beim zuschauen 402 kalorien hat es abgenommen beim spinning 402 kalorien ach so hat sie verbrannt ja verbrannt natürlich zwei kilo dann müssten sie ja vorher krass ausgesehen haben er hätte aber aggern müssen drei jahre spinning durch geht so wie haben wir denn geknallt in diesen und dann werden ja werden werden ane ich habe falsch das hätte ich ein wenig und du spielst mit flash es ist ja ein gangster oh ja so was habe ich dann deine jinks hätte ich auch mal spielen können original gangster ich komme direkt auf level 3 runter hier bei euch sage ich mal hallo gerne ja 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 und alle mit den knight was geht denn da ja ja wegen wollte ich halt ne krasse scheiße aber dennoch so eine sona kann man immer schön schnell und gemütlich abfrühstücken ja ja ich werde meine probleme haben daran zu kommen ich werde mit den tanks anfangen müssen drinnen mehr den muss nachher mal wegballern von mir war das denn ersten schon gefehlt ich hab den ersten aber ich weiß nicht warum eigentlich hätte das passen müssen ich bin immer noch caitlin gewöhnt von eben und die bayernfenster im fernseher die brüllen kann sich ja keiner konzentrieren in der ersten halbzeit ja steht aber auch noch 0 0 wieder wie weg ist mich verarschen also lange fängst an ehrlich mal die kleinen game und dann laufen gehen oder ich wollte auch noch noch eins machen jetzt haben wir quasi derzeit hätten wir jetzt schon eins durch oder passt jetzt jemanden schnell killen dann gibt es doch ein remake oder das ist abgeschafft da sind aber auch alle da glaube ich kann nur der jungler fehlen toll und ich habe mich jetzt überhaupt nicht mehr aufs haben konzentriert ja ich habe schon mal den ersten ignite gefressen ok dann komme ich runter da kann ich ständig überfressen wo wir jetzt böser holen gekriegt ja oder zu mir die dunkelheit sollte mich fürchten jawohl nice hat seine q abgabt ich habe meine kür war der flasch auch besser was so eben da hatte ich keine bürger ich habe hier einen kill besorgt und sie ist halt mehr als dass ich mir da mal creeps wurde ja ich habe den kill gekriegt aber sie hat sehr gut gespielt sie hat die vorarbeit gemacht ja sie hat das wirklich der kill geht auf ihr konto guck dir mal die riven an die flamen mich halt eip ist dir selber schuld wenn du als riven keine last hits gegen den volley hinkriegst ja dann hab ich auch nicht ach das ist sowieso kennt ihn bei potts ich habe sie gerettet weißt du den arsch ja ja ich kenne das main jungler ne sag ich nur da bist du sowieso immer schuld und ein kill besorgt ja aber den kriegst du jetzt nicht du kleine und dankbare bitch weil und den smite ich dir auch noch weg die kleine bitch ja und den hole ich mir auch noch und den auch noch jetzt sogar extra so i will leave if you do it again fucking bronze er nennt mich halt fucking bronze der drinnen er ist halt jetzt schon mit ich glaub die 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 zwei da oben sind richtig also riven und drinnen sind richtig red also ich geh dann immer hoch weißt du wir sind bestimmt geschwister ja ich komm lieber zu euch genau komm lieber zu uns die mögen mich nicht die da oben also dann geh ich lieber zu euch die wissen meine arbeit nicht zu schätzen weißt du so ich hab noch schönen flash ab also können wir auf jeden fall den kill abholen ja die sind doch bestimmt geflasht oder die auf der bot lane ja die jinx eben nicht komischerweise ja so nah sowieso würde ich sagen ja so nah sowieso würde ich sagen ja sowieso würde ich sagen ist besser so und dann holen wir uns direkt aus den den infernal da das steht so schön das ist einfach mal von außen hoffe einfach dass sie keinen wort hier drin haben meistens nicht ne ich glaube soweit waren es auch noch nicht komm gehen wir schon weiter und da können wir vielleicht ein doppelkill sogar abgreifen hier die slow ich jetzt mal ich will aber bei ok slashed an die wand hier nörgelt so ähm da hab ich schon eine ordentliche bugfight verpasst hat du fein gemacht pushen wir rein und dann gehen wir schön ähm wie heißt der Drake was wir machen DRAGORN Drake damit meine ich nicht den Sänger he he das hat er schon ja nur soll ich dich jetzt mal flamen dass du mir da unten zwei Farmen geklaut hast ja he 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 ich helfe halt die Leute und dann hextisch halten so ist das aber man muss halt Steuern zahlen ne können wir ja alles jo aber bei mir war es im letzten Game jetzt wo du es gerade sagst da wo ich mit wie 8-0 stand ne was ich vorhin erzählt hab da war es auch ne Riven die mich dann geflamed hat weil ich den Kill auf der Toplane genommen hab das sind immer immer die Rivens die sind immer so toxisch ja das ist sowieso ich hab das am Anfang des Spiels sogar gesagt 80% der Riven die ich bei mir ins Team bekomme feeden komischerweise ja weißt du warum ja weißt du warum keine Ahnung weil die so depressiv sind wegen dem Helden weil der einen so Depri macht weißt du ja weil sie nicht spielen können ja man muss auch sagen Riven weißt du und dann denken sie okay das mach ich auch mach ich auch und dann machen sie es aber kriegen sie es hin ja und dann flamen sie dann werden sie halt Depri ne ja und Riven muss man ja mal wirklich sagen gehört zu den schwersten Champs ne ja also ist nicht so einfach ne Riven also wenn du wirklich vernünftig spielen willst ja ja eben das sieht aber auch nur so aus ne also ich hab sie letztes Mal gejunglet und ähm ist nicht so einfach selbst auch selbst mit dem mit dem einfach nur Pew und so ja ist gar nicht so einfach ja ich hab sie ja beim letzten Mal auf der Mitteln gespielt ging dann leider auch in der Hose hatten wir nämlich auch ein Diamond Twitch als Gegner der hat das dann leider ein bisschen gecarried so den haben wir uns abgegriffen hier schade hier kam er leider Flash gebraucht aber war wieder gut ja und die Riven ist jetzt natürlich wegen meiner Aufwärterung beim Stomp ja und die Riven ist jetzt natürlich wegen meiner Aufwärterung beim Stomp hat auch noch den Championship Riven Skin so ich kaufe immer hier die Barswiften wenn ich richtig schnell werde schneller als die Polizei erlaubt unterwegs in der Kluft schneller als Riot erlaubt ah die ist wirklich gut die Karma Junge Junge Karma ist gut gell? also respect sagste die Scheiß ohne Scheiß für unseren Road to Platinum könnten wir mit reinnehmen sagste könnten wir mit reinnehmen oder? ja musst du sagen weil die ist hier auf deiner Lane du hast ja gesehen ne ich spiel wirklich stark wenn du sagst das ist gut können wir die mitnehmen keine Diskussion also die ist echt gut ja dann nehmen wir die doch mit weißt du oder? schreit du doch hier ist kein Wort mehr ich habe in 16 Sekunden meinen ich habe den großen gefehlt nein ich habe den großen gefehlt oh die äh jinx auch wächst nicht dabei richtig ahhhh dammit oh da war die Wand zu weit weg ja ein bisschen zu schräg angesetzt so oder mache ich das halt hast du es ist gekommen scheiße ich habe es gar nicht gesehen ausrecht wenn ich zu blöde wenn auch von hinten aber immer dran denken von hinten kostet hundelsteuer ob ich will doch nur ein tower dafür steht es ist in ordnung nutze ich trotzdem mal den hiel wegen der sicherheit oder kommt auch noch der leader böse bist du mit uns auf latin spielen war jetzt mal so ist es in art cool gefragt was ist er ist er zu den deutscher er hat doch davon eingeschrieben heißt aber nicht dass sie dann deutsch ist naja gut egal können wir ja nach der runde mal klären werden die zuschauer dann sehen ob sie weiter dabei ist oder er oder es ich kämpfe hier gegen ich kämpfe hier gegen drei leute plus signal plus rocket kann nichts dafür du hast du fahr die wahl auch manchmal dinge weißt du damit recht nicht zu erwandeln das ist ja das coole ich wollte den herz buben dackeln weißt du dann braucht auf einmal die komplette mannschaft auf ja wo sie nichts kommt jetzt für den weg auch die röben mechanics röben place und der top lane haben wir da kamen und die zweite entfernung kommt und keiner ist außer mir zwei kommen kommen komplette gegnerische team ist tot auch wenn es nur zwei sind jinks so bin for some reason noch mal die wort stattdessen zu farmen johann hier so ein drago wie ich da umsonst bekommt dann vielleicht war auch einfach mal ganz wo man mit wenn wir wollen wir wollen vielleicht benutzen oder und das die ganze Zeit abgab schon 14 Minuten Die kriegen ganz schön Haue wieder, ne? Gibst du den? Zeigst denen, wo es lang geht? Aber, voll hart. So muss das. Können wir weiter pushen. Die sind da irgendwie in der Mitte. Release nur mit. Ja, da kommt der auch. Oh, da ist er. Jetzt wird es spannend. Oh, so nah auch noch da. Jetzt müssen die Plays rauskommen. Jetzt müssen sie kommen. Ich guck zu. Meinst du? Ja. Oh, oh. Da kommt der Ignite raus. Und da kommt der Comeback raus. Oh, oh, und, 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 und. In your face, in your face. Von hinten kommt der Echo. An die Wand getackert, genau so will ich das sehen hier. Oh, aber den überlebe ich nicht. Aber der Echo ist halt strong. Die Stehen. Ich komme, wenn sie noch keinen Tief hat. Ich bin mitten im Weg irgendwie irgendwann mal da vorne in der Base stehen geblieben, for some reason. Wolltest du dir das ganze mal ein bisschen angucken? Krass. So, was universal? Nein, 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 nein! Das war kamu und es das denn geht umrascht. Also ich bin schon geflasht, wenn du flasht hast, bitte flashe einmal. Nein. Habe ich eben gerade. Achso, okay. Wie hat mich das denn getroffen? Ey, die disrespected mich halt. Weißt du, und dann kriege ich halt so'n Hals, ey. Dann kriege ich so'n Hals, aber dann muss ich raus jetzt. Yo, ist ja gut, Mädel. Ist ja gut, hör mal. Riven versucht erst mal in Herold. Gut, das sieht auch gar nicht so unübel aus. Ich hab zwei Pinks gekauft. Ram, guck zu. Warte, warte, Kamera ist auf dir. Gib alles. Ich geb alles Ram. Sie hat geflasht. Wird aber kein Kill. Auf auf mich zu schießen. Und dodgen, einmal nach links laufen, einmal nach rechts laufen. Ich hab direkt in die Fresse rein. Ich überlasse meinem ganzen Team hier die Kills. Ich bin Kumpel. Du bist Kumpel, ja. Das wissen wir ja schon. Du bist Kumpel. Genauso wie der Lee damals. Exim war das, oder? Nee, oder Lee? Ja, auch noch Lee. Der Lee, der Lee. Lee ist Kumpel. Ja, der Lee war Kumpel. Er ist ja wieder Kumpel jetzt, geh. Wieder ein Lee dabei. Ja, der steht auch ganz gut. 2-4-2. Jo, hier ist er. Ich weiß auch gar nicht, warum die nicht ich spiele. Boah, du, wird hier verdammt oft noch gespielt. Das ist ein Held, weißt du. Das ist auch so ein High-Skill-Champ. Ja, so ein paar Rechen-Güter habe ich auch schon erlebt. Ey, wären sie gut, dann wären sie nicht in Day-Low, oder? Was soll das heißen? Ey, dann würden sie aufstellen. Korrekt. Weil das ist schon kein einfacher Champion zum Spiel. Oh, jetzt kommen hier die Geister. Au, au, die Kammer stirbt. Die stirbt uns da weg, wenn wir nichts machen, Leute. Ich komme. Ich komme. Au. Die haut Insta-Ignite. Du bist der Letzte. Ich habe gerade zugewiesen, wie Arno die Animation gegen Hartwig. Ja, jetzt haben sie uns mal ein bisschen hier vor's Maul gegeben, ne, vor's große. Ja, das war auch nötig. Ja. Haben wir verdient jetzt. Das war, weil du dich über die Elo lustig gemacht hast. Genau, dann kam ich direkt von, äh, ja, irgendwo. Von fünf Leuten aus dem All gekriegt. Da kamen sie auf einmal, haben sie gesagt, ey, halt die Fresse, dann kriegst du auf's Maul. Ja. Das haben die gehört. Gab's Nacken-Klatsche. Oh, hier ein Tor. Irgendein Tor. Oh, scheiße. Nee, aber für Atletico. 1-0 für Atletico. Ja. Zweite Torschuss im ganzen Spiel. Und die machen's. Das ist bitter. Das ist bitter. Kann ich mir einen Red nehmen? Wartet. Das Blösel lauert hinter jeder Ecke. So, Drake ist gleich wieder. Bye-bye, James. So, die Ecke hier ist immer diese gefährliche Ecke. Ja, rechnen sie niemals mit. Weißt du, wenn du hier sich hinstellst? Hier, genau hier. So kommt. Kommt der Nächste. Ja, ja. Ja, ja. Ja, aber gut. Mal raus. Echt raus? Ich dachte, da geh mal rein. Der Passive. Au. Macht's die Riven. Dann macht die das halt. Ja, gut. Glaub ich. Ich komm mal zum Drake. Ja, auch noch mit Der Lee läuft halt dahin anstatt diesen Bordkampf zu machen. Das war Ramboli. Dann mach ich jetzt Ramboli. Steck die Scheiße für euch. Oh, ich hab Black. Gerne. Aufrahmen. Oh, ja. Das war schön im Endeffekt. Oh, ich krieg die ganze SS-List. Soweit geplant. So, wir haben sie geacet. Ja, das sind halt meine Engages. Wir sind's. Die dann irgendwie am Ende doch irgendwie zu nem Ace für. Irgendwie, man weiß irgendwie. Audi eben auf. Schaté. Hat mir ja so ein bisschen gefallen, das Game, ne? Ja, da wäre ja gar nix hier. Ja, und wenn's euch auch gefallen haben sollte, Daumen hoch bitte nicht vergessen. In diesem Sinne, bis bald. Euer Aram. Ja. 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 Ja.